leute ich grüße euch herzlich zum unboxing der better fishing box oktober und oktober ist der absolute raubfisch monat leute und ich bin halbt ich hab bock es ist geil ich weiß nicht was ich noch sagen weil es wird einfach der absolute hammer leute und ich glaube wirklich wir haben wieder eine große box diesmal ich hoffe hier sind geile sachen werden vielleicht sogar sachen die ich für morgen gebrauchen kann denn morgen gehe ich aufs wasser leute bisschen kajak action bisschen kajak action ich schaue mal rein wir haben hier xxl variante und wir haben hier hier viel zeus sehr viel zeus leute wieder was für die kleinen und ich so glaube könnt ihr aber auch mit ansitz machen also falls ihr darauf bock habt dabei ist bestimmt was drauf was haben wir hier 360 gt coastal scheint mir ein meeresgrößerer zu sein biscay coast chat 9 cm mit vmc haken offset sieht nach einem absoluten meereskühl aus schon fertig geriggt sozusagen aus der drinnen gewicht vorne zehn gramm von storm the go to lore und hier könnt ihr den kopf austauschen mit dem haken seht ihr das throw it anywhere catch fish everywhere also müsst ihr nicht nur hier ist auch ein dorsch abgebildet hier aber ihr könnt ihr natürlich nicht nur auf meeres fisch fischen sondern auf alle hier steht auch target aus bis jetzt also inshore nearshore platz free fishing line recommended von suffix ja okay gibt bestimmt auch jeder anderen bin ich mir und farbe ist blaue makrele blumen mackerel hier stark ich finde es auch immer gut wenn man an die mir ist fischer denkt bin ich absolut absolut nice dann haben wir von fischer in einer ersten berder fishing aufkleber drauf vielleicht in einer berder fishing variante sogar haben wir zwei richtig geil diese grüne farbe feiere ich jetzt schon hart aber die rote natürlich auch beide uv aktiv aber sowas von schöne zwei schöne richtig schöne zander köder sogar würde ich sagen fünf inch fünf inch in der farbe 204 der wizzle chat kann man leiern als auch gegen mit dem geilen glitzer flocken hier drauf zwei stück einer zahl wizzle 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 und der den 1 was ist das denn hier leute was ist das diesmal eine berder fishing folie weil sie euer 24 in embarrassment Okay. Wer da Fishing-Folie? Oh, hier sind mehrere Gummis drin, ne? Soll ich das mit... Nee, ist ein... Ein Gummi ist hier drin. Alter. Boah, der stinkt aus der Hölle. Aber für Hechte mega. Guckt euch das an. So ein geiler Twister. Boah. Der stinkt hart, Alter. Der ist unölig. Seht ihr das an meinen Fingern? Deswegen ist der auch eingewickelt. Der ist einfach schon hart geflavert. Hier mal ein paar Informationen drauf. Ah, nee. Die Informationen sind... Das ist geil gemacht. Schaut euch das mal an. Die Haken-Einstichlöcher. 08er-System. Was steht hier? 09er. Nee, 06er wahrscheinlich. 04er. 02er. Und die Augen. Geil, ey. Ja, ich meine... Ich kann die wieder was anfassen, Leute. Nicht UV-Aktiv, aber diese Farbe... Was ist das? Motorölrot? Würde ich sagen, ne? Motorölrot. Sehr, sehr geiler Twister. Aufhecht, Leute. Jetzt im Polder durchziehen. Mit dem System dran. Megastarker Köder. Feier ich sehr. Wo ist die Folie? Jetzt kann ich natürlich nichts anderes mehr anpacken, Leute. Hier, ich war mit Fahrrad heute unterwegs. Ja. Naja. Ihr wisst es. Meine Hände immer dreckig. Der E.T. Chat. E.T. E.T. NotNet. Noch nie gehört. Eggtail Shed. Eierschwanz. E.T. Shed. Eggtail. Okay. More activated. Was ist das? Free? Okay. Man sieht ja so kleine Riffels. Der wird auch UV-Aktiv sein. Ja, auf jeden Fall. Dann sieht man hier so kleine Riffels in dem Köder drin. Dann kriegen wir den leicht auf. Ich gucke mal gerade. Gucken wir uns den mal genauer an. Weil den Chat habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ich will mal gucken, ob der irgendwas Besonderes hat oder nicht. Wir werden jetzt gleich herausfinden. Jetzt habe ich natürlich so ölige Hände. Von der Farbe her ist das Ding natürlich mega geil. So. Den habe ich noch nie gesehen. Eggtail Shed. E.T. Shed. Aber seht ihr schon hier den Schwanz? Von der runden Form mit den Riffeln hier. Nennt ihr das? Geht darüber in so eine kantige Form. Und dann in diesen Schwanz rein. Sehr elastisch auch. Auf jeden Fall. Ist mit irgendwas geflavored. Kannst nicht genau sagen, was. Kannst nicht nur sagen, was. Aber sehr schlank und klein. Und der Schwanz ist auf jeden Fall sehr, sehr beweglich. So eine grünen Farbe. So eine Pumpkin-Shedrös-Farbe. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Die packe ich wieder rein. Oh. Ja. Ist ein guter Around-Köder, würde ich sogar sagen. Wird alles drauf beißen. Thunder Barsch wahrscheinlich am ehesten. Ein Hecht vielleicht auch. Aber das ist natürlich ein bisschen zu klein. 3,4 Inch gehe ich ganz stark davon aus. Mal gucken, was später in dem Heftchen drin steht. Ja. Da werden wir bestimmt mehr Infos dazu haben. So. Dann haben wir hier Haken. Japanische Haken. Größe 3,0. Wurmhaken eher so ein bisschen. Siehten müssen aus wie ein Wurm. Ah, hier steht auch Wurm Series. Wird wahrscheinlich ein Wurmhaken sein. Ja, warum nicht? Warum nicht? Dann haben wir hier Chebus. Chebus in so einem Gelb. Das ist wahrscheinlich auch UV. Tief sein wird. Bam. Geht voll ab. Damit können wir auch auf Plattfisch gehen. Alter. Jetzt kommen wir zu drei krassen Sachen. So. Erstmal hier ein Jigspinner. Ein Jigspinner. Ich sehe hier Falschrumm drin. Hier ist die Schrift. So. Das ist der von Major Craft. Der FW. Das ist der J.P. Jigpara Spin. Major Craft. Freshwater Customs. 39 Millimeter und 12 Gramm. Schönes Gewicht. Schönes Gewicht. Hier oben ist schon so ein kleiner Snap mit dabei. Drilling drauf. Sieht gut aus. Kann man gut fischen. Natürliche Farbe. Freshwater Colors. Debüt in Jigpara Spin Series. The action is the same as the original one. The special color triggers the predator nature. Genau. Schön. Schöne natürliche Farbe. Gefällt mir gut. Schöner Jigspinner. Wirklich. 12 Gramm. Kann man immer in der Kiste haben. Alter. Das ist krass. Oh. Das ist natürlich optimal. Wir haben von BKK direkt das Haken System dazu. Zu diesem Twister. Mega gut. Baby Trigger 21, der Sting Rig. BKK Spear 21 Treble Hooks. Größe 1,0. Gewicht 2,5 Gramm. Bait Size 18 bis 22 Zentimeter. Geil ist auch das hier. Hook your dream. Cool. Stinger Rig. Auch geil hier so. Nochmal alle Hechtnamen. Hier nochmal aufgezählt. Pike. Snook. Lucio Stuka. Lucio Hechte. Lucio's. Broscha. Geda. Stika. Hawki. Mika. Jette. Jette. Hecht fehlt. Hecht. In Deutschland hat ja keiner gedacht hier. Verschiedene Größen. Zack, zack, zack. Geil. Optimal. Sehr, sehr schönes Set. Hier ist auch noch ein kleines Gewicht mit dabei. Warte, zeige ich euch das. Da. BKK-Gewicht. Kleines. Geil. Super geil. Kann man gut fischen. Fertig geriggt. Und dann... Fisch verliebt wird sich freuen. Ein neuer Swim für seine Sammlung. Aber was für einer. Alter Schwede. Was ist das für ein kranker Swim? Ich bin ja eigentlich nicht so ein Typ, der in Westin Swim fischt so gerne. Aber der sieht so geil aus. 13,5 cm. 77 Gramm. Dieser Westin Swim. Wie geil sieht der aus. Ohne Witz. Rasselt natürlich. Nicht silent. Ist suspending. Ist der... Guck mal, ist sogar Swim Glide Bait. Better Fishing Box. Ist wahrscheinlich special für die Box gemacht. Made in China. Lead Free, Ultra Sharp, Carbon Steel Hooked, Full Wild. Was soll denn dann noch in der Dezember Box kommen? In der November Box? Wen haben wir hier? Luke Coppens. Absolute Legende. Der gute Luke. Was hat er? Längster Fisch. Das sind Wels. PB Zander. 900 cm. PB Hecht. Ja, er hat alles durchgespielt. Den Zander noch nicht, ne? Da fehlt noch der Meter. Social Media Ranking. 4,4. Allround Skills, 80%. Koch Skills, gar keine. Dann haben wir hier noch einen süßen Zack-Aufkleber. Wo ein Zack gar nicht vertreten war in der Box. Aber ein Zack-Aufkleber. Und... So, das ist der Storm Whiskey Shad. Bait Brass. Major Jump sind perfekt. Ich sag noch, es ist eine Allround-Waffe, oder? Geil, Mann. So, aber hier. Erstmal gucken wir uns den Swim an. Das ist der Westin Swim. 13,5 mm. Stone Bream. In dieser Box präsentiert euch die exklusive Sonderfarbe. Stone Bream. Das Legende in Westin Swim. In der schwebenden 13,5 mm Variante ist der Swim jetzt im Herbst genau die richtige Wahl, um auf abgestorbene Kraut- und Seerosenfäder die großen Nächte abzugreifen. Wer diesen Körner noch nicht kennt, wird spätestens jetzt von ihm begeistert sein, denn er lässt sich kinderleicht mit der Rolle, egal ob stationärer Baitcast, zu einem verwögerischen Zick-Zack-Lauf animieren. Ey, wie ich's gesagt hab, ne? Ich, nicht so der Baitcast, äh, nicht der Swim-Fischer bisher, aber der wird mich tatsächlich abholen. Krass, ey. Und dann, äh, das ist der Quantum Twindler. Ne, der Quantum Twindler, der Twindler ist sein wahres Urgestell unter den Big Baits. Ja, man kennt den Twister, ne? Wie gesagt, so vier modernen Big Baits, ein eher unscheinbares Schwimmverhalten. Doch genau daran liegt der Schlüsselreiz, der die Hechte gerade auch bei schwierigen Bedingungen zur Attacke verleitet. Am effektivsten lässt sich der Twindler mit einem leicht beschwerten Zwei-Draining-System Shell-Rick montieren, aber auch geschleppt am schweren Bleinkopf ist er eine Bank. Nice. Nice, 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 nice. Über 70 Euro Warenwert, alle Informationen zur aktuellen Baita Fishing Box, Leute, findet ihr natürlich unten in der Infobox. Sau starke Box, für alle Fische was dabei, Zander, Hecht, Barsch, ähm, plus Special Editions, was will man mehr? Sau starke Box. In dem Sinne, Leute, weißt du, was ist ein dickes Friedrichs, allerdings bleibt gesund. Und falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da, Daumen nach oben, würde ich mich auch sehr freuen. Haut rein, euer IC, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.